Hallo und willkommen bei Wurstsalat Jahre 1 bis 4. Du meinst Lego Harry Potter? Ja, Wurstsalat halt. Ja, wir müssen hier oben lang. Oh, okay. Vielleicht kann man es schon sehen, wir haben aktiviert, dass man die Geister-Studs sammeln kann. Genau. Wie man sieht, bringen die ganz schön ordentlich aus ein, jeweils 1000. Genauso wie die blauen Studs. Jep, das ist echt genial. Ein netter Zuverdienst. Also das Geld, ich glaube 99.000 kostete das, das freizuschalten. Ich denke, das ist es jedenfalls wert geworden. Oh, ihr... Das war doch 80, gibts doch zu. Klar. Ich versuche die ganze Zeit, den da zu erwischen. Absicht, also echt. Natürlich, jetzt kommt ein goldenes Teil raus, was wir wieder nicht kaputt machen können. Kann man da sonst was mitmachen? Hm. Können Sie vielleicht jetzt Trampolines brauchen. Ja, dann lass uns erstmal weiter. Jawohl. Das macht echt vorhin einfach die Not zusammen so. Also, Probleme mit Studs. Wenn wir wohl nicht haben. Na ja, tun wir nicht mehr, nicht außerhalb der Mission. Innerhalb der Mission sind wir ja noch nicht wirklich weit gekommen mit Studs sammeln. Ja, das ist auch wohl über... Noch und direkt weiter? Wieso ist mein Mini jetzt in den Tod gesprungen? Ähm, leider geil. Ach so, ja. Das ist eine gute Begründung. Ja. Lockhart. Also, mir gefällt der überhaupt nicht. Das entspricht überhaupt nicht nach dem Film. Aber das darf man ja nicht danach gehen. Und was ist mit dem Buch? Auch nicht. Da ist ja genau so ein Trottel wie, äh, im Film. Hey! Entschuldigung. Okay, du musst das nicht sammeln. Oh, ich seh grad, ich werd da gezählt, irgendwie. Ich weiß zwar nicht, was da gezählt wird, aber irgendwas wird gezählt. Ja, aber es geht auch, glaub ich, wieder von vorn. Oh! Oder auch nicht. Du hast vielleicht gewonnen, aber ich hab's, äh, eingesammelt. Hihi! So, dass wir ein gemeinsames Konto haben. Ach ja. Oh, guck mal, hier gibt's, glaub ich, hier was zu holen. Ich muss mal den Stuhl wieder unterschließen. Nö? Ach so. Bereit? Warte? Nö. Nö. Hm. Kann man den Stuhl vielleicht verschieben? Hm. Mach nochmal. Warte! Nö. Die stand doch gar nicht drauf. Ich muss gesagt, ich soll nochmal machen. Aber hab ich nochmal gemacht. Ja, aber wenn ich doch so war... Ich kann ja noch nicht mal springen. Schick mal wieder ein Buch auf Reisen. Das, was wir eben ausgegeben haben für das Teil, damit wir die düstsichtigen Geisterdinger da einsammeln können, dann haben wir schon fast wieder raus. Okay, gut. Gucken wir mal, was wir weitermachen müssen. Au! Oh, dann bin ich überpasst. Entschuldigung. Ich werde die Stühle schießen, aber... Du dummer. Hm. Die Türen reinlaufen geht auch nicht. Okay. Dann warte mal, dann lass mich doch die mal kaputt machen, weil bei mir ist das Ding ins Nächste. Achso, okay. Dann mach doch. Jetzt ist es auch offen. Oh, ja. Snape, mach ihn fertig. Voll das Bettel. Ja. Ich mag zwar Snape nicht, aber naja. Hä, was hat der denn mit einem Besen zu schaffen? Wow. Hm. Den neuen Schrauber? Äh, mich hat's zurück mal zerlegt. Äh, mich jetzt auch. Ich versteh auch noch nicht ganz, was wir machen müssen. Ich auch. Bei ihm treffen kann... Ah, doch. Ha, ha, ha. Komm her, Junge. Ich beschieß dich. Einfach drauf ballern, wie das Zeug hier. Nein, ich krieg mein Blau nicht wieder. Mano. Er hat gar kein Leben mehr. Expelliamos. Scheint geklappt zu haben. Ja. Keine Ahnung. Hehe. Haha. Haha. Ich glaube, du kannst jetzt mit Schlangen sprechen. Ja, ich denke auch. Kommt mir wenigstens so auch vor. Warte mal. Das hat ein rotes Symbol. Das bin ja ein Kassel im Mund. Was? Das hat ein rotes Symbol. Äh, ja. Hier, der Expelliamos. Vielleicht kann man jetzt damit die roten Sachen zerstören. Entschuldigung. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was rotes haben. Sieht irgendwie cool aus, auch wenn es überhaupt nichts bringt. Hm. Weiter. Wieso springt jedes Mal Hermine in den Selbstmord? Ich weiß nicht. Ja, weiter, weiter. Wir müssen hier lang. Ja, ich wollte nur gucken, ob hier irgendwas ist zum Zerstören. Hm. Weil ich auch wissen würde. Da brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Weiter? Ja. Weiter. Hier ist noch eine Kiste. Vielleicht geht die? Nein, geht auch nicht weiter. Okay. Wie war da auf einmal ein Blau? Und der kann es entsprechen. Müsst du jetzt den Weg freimachen? Toll, wohin das Zeug? Muss das überhaupt irgendwo hin? Ja, ich glaube hieran. Warte? Oh, der eine Spieler soll sich da verziehen. Da haben wir es. Nein. Da ist das Teil. Nimm es nach dem Kopf, ich gehe mal aus dem Weg. Und schon haben wir es. So. Sehr gut gemacht. Aber was tut da Draco Matthew gerade? Das ist... Warum stellst du immer so komplizierte Fragen auf die Fan-Amporter? Sorry. Gewohnheit. Schön die Fackeln drehen hier. Solange du auch was sammelst. Oh. Äh. Wir winken Skelette zu. Das ist ein Fan-Club, ja? Sieht fast danach aus. Bisschen unheimlich, oder? Okay, da geht es nicht runter. Ja. Ich dachte, vielleicht hier, das glitzert ja so silber. Vielleicht hätte man das zerstören können, aber... Auch nicht. Dann lass uns mal weiter. Ja. Echt? Die macht... Ha-ha. Ha-ha. Oder wartet, dass da was aufgeht? Man muss also winken. Das ist der ganze Trick. Hat bestimmt einen Winksensor. Wir sollen da aber jetzt gar nicht hin. Das ist jetzt auch wieder interessant. Vielleicht sollten wir nur sehen, dass die da reingehen. Hm. Ähm, okay. Wir müssen warten. Ich glaube, wir müssen das hier auslösen. Ja. Wir haben eine Mille geknackt. Juhu. Wir sind reich? Ja, aber nur ein Satz. Wir sind Lego-reich. Ja. 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 Bevor du da noch mehr anstellst, gehe ich lieber weiter. Das ist nicht hier der... Naja, das ist doch hier wieder dieser, ähm... Keller oder sowas. Guck mal einfach. Guck mal ein Schlückchen genehmigen. Nuh! Ein Verwandlungstrank. Der Vielsafttrank. Der ist cool. Ach, deswegen Vielsaft, weil da kommt Apfel und Kirsche rein, ja? Äh, nein, eigentlich nicht. Und zwar sind kleine Flaschen hier überall. Die musst du auffüllen. Ich schmeiß schon mal den Apfel rein. Das ist eine gute Idee. Das heißt, wir stehen irgendwo hier auf dem Boden, so flaschen. Hoch. Guck mal kurz. Und dann geht es in so eine Luftballonne. Flup. Echt cool. Wow, was ist das denn? Sieht aus wie eine Schlange. Ähm. Wir mussten einen Mitschüler opfern, damit da die Haare reingehen. Wie verrückt ist das denn? Ich hab wieder eine Flasche. Oh, ich hab scheinbar auch irgendwas erwischt. 3 von 5. Oh, was du das. Das war ich. Ich renne einfach nur über durch die Gegend. Jop. So, gucken wir mal hier. Hier ist nichts. Ich hab gerade schon gedacht, da wären die Kirchen. Aber das sind nur die Kirchen, die ohnehin schon über den Topf schweben. Ja, was haben wir da? Flaschen. Soll ich schon, oder? Kannst du ja schon machen. Solange denke ich, dass wir noch nicht trinken, ist noch okay. Okay. Dann schmeiß ich schon mal rein. Uns fehlt nur wie eine Flasche noch. Dann kann der Trank noch ein bisschen ziehen, ne? Wo ist die letzte Flasche? Wo ist die letzte Flasche? Wo ist die letzte Flasche? Woah. Wo ist die Flasche? Wo gibst du denn die Wurst in die Flasche? Da, der hat die Flasche in der Hand. Warte mal. Ich probiere mal was aus. Ich glaube du solltest den da wählen. Ich trinke auch mal Schluck hier. Ah ah, sagt er. Ah ah. Ja, weil wir uns als der hier vorwanderen müssen bestimmt. So und schon geht's. Da und da ist deine Flasche. Ja, mach mal einen fertig. Ich finde das aber trotzdem lustig. Ich will nochmal ausprobieren, wer da als nächstes rauskommt. Was? Wie soll das denn sein? Und ein zufälliger. Ja. Komm mal an. Wow. Was hat's gebracht? Können wir dann oder? Ja. Ja. Hey. Cool. Dann rauskommen wir immer noch nicht. Haha. Hm. Da geht's raus. Wie? Da müssen wir erstmal den Geist starten. Damit wir unterwegs noch ein bisschen sammeln können. Jo. Da oben ist was Rotes. Sollen wir das mal versuchen zu zerstören? Wird so einen Sinn ergeben, wenn man rote Sachen mit dem roten Zauber zerstören könnte. Aber so wie es aussieht, ist das nicht der Fall. Hm. Ja, mhm. Einfach cool. Und weiter geht's. Ich frag mich immer noch, wer ich überhaupt bin. ein zufälliger Charakter. Ja, aber wer hat denn hier schon eine Stoppuhr im Hals? Das ist alles mit Magie. Die können auch eine Vielsaftdrank scheinbar nochmal machen. Da sagt der Nein. Ich glaube, ich habe bestimmt drauf. Und da hinten ist ein Charakter. Harry. Mit blauem Schirt. Wow. Das hat sich ja gelohnt. Jetzt heißt es wohl nicht auffallen, wa? Das heißt nicht den ganzen Laden zerlegen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Erstmal mache ich das hier. Das ist ja Helminus Angelegenheit. Sammeln hier schon mal so viel ich kann. Und holen zum Summi-Einchen. Das ist auch schon. Ich weiß nicht, was er damit werden kann. Ah, wir haben vorgeschaltet. Helmina als Katze. Ja, genau. Katze. Ja. Das ist echt cool. Ich mache mal die Ente kaputt. Weg da. Was machst du dann mit Absicht? Genau. Brauchen wir, glaube ich, nur ein Stück Rohr. extra nochmal schöner zurück, um mich zu erwischen, ne? Ja, ja. Nein. Nein. Muffins. Ne, Cupcakes. Ist ja gut. Könnte ich auch mal wieder machen. Lecker. Jetzt sind die besoffen. Nein, werden unmächtig. Außergefechten werden gesetzt. Was haben wir hier? Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Uiiii. Siehst du das? Was tust du da? Erstmal fallen lassen. Ja. Ja. Genial. Genial. Hehehehe. die hinterher nachkommen wird der Sturm geklappt Da ist Ende, weil Silberne ist Teil. Okay, dann glaube ich müssen wir weiter. Ihnen lieber mal wieder, Harry. Soll ich? Ja, gehen wir hin weiter. Das sieht ja nicht gerade, ähm... Boah, Alter Schwede, das ist wie eine Toilette eigentlich. Ja. Das ist ja I. Das ist eine Toiletten I. Nein, hast du mal gesehen, wie das hier abgeht? Der eine wird zugeschnürt, weil er kurz vor dem Rohr platzen wollen ist. Ich glaube, wir brauchen einen Stärketank. Oder Hermine macht das einfach. Nee, also ich schaff's auch nicht. Okay. Ja, hier ist auch was zum Trankbrauen. Ah ja. Dann hol ich mal die Kirsche, die lag hier, glaube ich. Apfel fehlt auch noch. Ah, guck mal. Guck mal, was da hinten ist. Ich stehe mal wieder zurück, wenn ich kann. Nein, kann ich nicht. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind in einer Mädchen-Toilette. Genau. Stell du dich mal rauf. Ich dreh. Schnee. Ich bin runtergerutscht. Dort jetzt. Ja. Da. Okay, dann geht das wohl nicht. Ha. Die Frage ist sowieso, was bringt uns das? Weil in dieses gelbe Ding da rein möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Aber ich glaube, da müssen wir rein, wie es aussieht. Sieht echt irre aus, aber ja. Oh, oh. Braune Flur. Okay, ja, da sollte man also nicht rein. Auch wenn da ein Blauer drin ist, aber man geht drauf. Vielleicht geht die Tür gleich noch auf. Das ist ja eh... Was kommt jetzt? Okay. Die machen auch nach Pflanzen ein Wasserrad. Okay. Äh, naja. Abzugsanlage. Ja. So. Und rein damit. Eheh, schön. mit diese Kunde die haben sie angeblich erst mal verwandelt ich würde jetzt sagen wir machen aber erst mal jetzt hier einen Cut Mocke und sagen bis zum nächsten Mal tschüss tschüss